Und herzlich willkommen zum Zentral-Talk hier direkt bei Atomino TV aus dem atom- und virus-sicheren Atomino Keller hier mitten in Chemnitz. Wir starten heute mit unserer Zentral-Talk-Runde mit einem wunderbaren Chemnitzer, der jeden irgendwie bekannt sein sollte, mit Jan Kummer. Hallo. Hallo. Darf ich Sie sitzen? Ich weiß nicht, ob man in solchen Notzeiten, das ist ja immer so ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite ist man ja irgendwie so freundlich gestimmt allen Menschen gegenüber, gerade in diesen Notzeiten. Und da will man alle irgendwie duzen und nett sein und so weiter. Andererseits wäre es natürlich ein Ausweis von Professionalität, wenn wir uns siezen. Jetzt weiß man nicht, das Leben muss ja irgendwann weitergehen. Ja. Wird man später sagen, ach, die haben sich gesiezt, ach, so unterkühlt und so kalt. Also darf ich Sie sitzen? Oder werden die Leute eher sagen, ach, Mensch, die haben sich gedudt, das ist ja total schön, das war gerade diese harte Zeit. Ich weiß nicht, was im Nachhinein stehen bleibt. Also wie das im Nachhinein dann einfach behandelt wird, betrachtet wird, das Internet vergisst nicht, das weiß man ja auch. Wie schauen das die Menschen in 100 Jahren an? Das werden wir uns dann berichten lassen. Ich denke, wir bleiben einfach beim Sie. Sie ist schön. Herr Kummer, ja, sehr schön. Herr Kummer, wie geht es Ihnen? Ja, soweit ganz passabel. Den Umständen entsprechend. Sehr schön. Welche Umstände meinen Sie? Sie haben ja gerade gesagt, wir produzieren ja auch hier Material für die nächsten 100 Jahre, dass wir das vielleicht für unsere Nachkommen nochmal darstellen, was gerade die Umstände sind. Ja, also die Umstände sind, deswegen habe ich vorhin auch darauf verzichtet zu sagen, guten Abend oder guten Morgen. Also ich habe mittlerweile auch das Zeitgefühl verloren. Wir sind jetzt hier in ungefähr 60 Meter Tiefe unter dem Kulturkaufhaus Tietz, direkt unter dem versteinerten Wald. Und wir sind jetzt schon eine ganze Weile hier. Und das bringt natürlich mit sich, dass man das Zeitgefühl völlig verliert. Und ich bin jetzt irgendwo in so einer, würde mich selbst jetzt in so einer Zwischenwelt sehen, zwischen, ja, zwischen was? Zwischen den Tagen wahrscheinlich, ne? Also man verliert ja so ein bisschen nicht nur das eigentliche Zeitgefühl. Zwischen den Tagen unter der Woche. Ja, genau. Man weiß auch nicht mehr, welcher Tag ist, ne? Wenn man in Chemnitz doch mal kurz, also sich aus 60 Meter Tiefe nach oben arbeitet, denkt man wirklich, es ist jeden Tag Sonntag, ne? Also es ist nichts los. Also ich werde ein Teufel tun, mich jetzt hier in die Chemnitzer Innenstadt hochzuarbeiten. Ich bin ganz froh, dass wir hier unten sind. Und die Telekommunikation ist auch so eher angekränkelt hier unten. Immerhin meterdicke Betonwände. Und ich kriege wenig mit, was oben passiert. Wird es Ihnen wahrscheinlich ähnlich gehen. Ich schaue immer mal raus. Ich schaue immer mal raus, weil es ja auch schön ist, im Frühling auch mal die Vögel zwitschern zu hören. Das kann auch gut tun. Ja, das verkneipe ich mir im Moment. Ja, ich denke eine Frage, die alle unsere Zuschauer draußen an den Geräten sehr interessieren, ist einfach, Herr Kummer, wie fühlt man sich als Gottvater der deutschen Popmusik? Selbst Gottvater würde wahrscheinlich unter diesen Bedingungen sich ein bisschen unwohl fühlen. Die Bedingungen, die ich gerade eben geschildert habe, das ist eine Frage, die man vielleicht dann doch auf bessere Zeiten verschieben sollte. Zumal ich die Frage auch gar nicht verstehe. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Nö, deswegen schiebe ich direkt die nächste Frage nach. Und zwar kann man noch mehr Kinder von Ihnen erwarten, die die deutsche Musiklandschaft prägen werden. Ist da irgendwas in Planung? Nein, ich habe gewissermaßen meinen Soll geschafft, erledigt. Und auch wieder, was die Bedingungen betrifft, ich denke mal, man kann es dabei belassen. Und jetzt müssen andere ran. Ja, das war ja am Freitag, war ja die Band Blond hier live auf der Bühne zu sehen. Und danach unter Tagesschau und Bericht darüber, darüber kamen dann Kommentare, dass sich der Kummer-Clan wieder nur in den Vordergrund spielen will und Werbung in eigener Sache machen möchte. Was macht das mit Ihnen, so eine Aussage? Sie sind ja auch bekannt als Don Kummer, also das ist ja auch schon so ein bisschen Mafia-artig. War das mal der Plan, so einen Mafia-Klan, Kummer-Clan zu bauen? Na, das sind ja jetzt gleich mehrere Fragen. Also zum einen ist das mit der Werbung, das ist, ja, das ist eher, ja, das ist was Originelles, weil im Moment weiß man ja gar nicht, wofür man Werbung macht. Das Atomino wird von der Werbung nicht direkt so viel haben, denn sie ist ja geschlossen. Ja, aber in dem Fall ist es ja direkt auf die Familie oder auf den Clan Kummer, wie es ja hier hieß, also der Kummer-Clan schiebt sich wieder nach vorn, möchte Werbung in eigener Sache machen, möchte sich wieder präsentieren, möchte eventuell auch noch Profit aus der ganzen Sache schlagen. Ich muss bei der Gelegenheit wirklich mal ein großes Geheimnis verraten, wenn man sich mit Kunst und Kultur befasst, ist Werbung jetzt grundsätzlich erstmal nicht direkt ein Fehler. Man sollte versuchen, die Menschen wissen zu lassen, dass man was tut. Insofern ist Werbung, das hat manchmal so einen seltsamen, das klingt manchmal so seltsam, aber ja, warum nicht? Im Speziellen dann, wie gesagt, ist die Werbung, wirbt man jetzt nach Ansicht des Schreibers, ich habe es selbst gar nicht gelesen, aber wenn da auch so was stand, wirbt man da jetzt für ausgefallene Konzerte oder nicht stattfindende Ausstellungen oder für entgangene Veranstaltungsformate, ich weiß jetzt gar nicht, wofür man jetzt in der jetzigen Zeit gerade Werbung macht. Ja, anscheinend wurde es ja darauf bezogen, dass sich der Kummer-Klan immer sehr proaktiv präsentiert. Sollte man das nicht tun als Kunstschaffender generell? Das sollte man durchaus tun, ja, das ist richtig, aber es wird ja immer so ein bisschen gesehen als... Man stellt sich ja sogar mitunter auf eine Bühne als Kunstschaffender. Richtig, aber es wird ja anscheinend ja so gesehen, dass immer nur die Familie Kummer in Chemnitz Kunst macht. Ja, diese Feststellung, ja, das müsste man dann mal irgendwie mit irgendwelchen Dingen unterfüttern. Man darf sich jetzt auch nicht durch eventuell eine Person, die in einem sozialen Netzwerk was geschrieben hat, jetzt in eine Ecke drücken lassen, dass das jetzt Volkes Stimme ist. Also, ich denke mal, Zufriedenszeiten, so will ich sie mal nennen, wenn Leute in Chemnitz ausgehen und generell ausgehen oder irgendwelche Kulturangebote wahrnehmen, dann wissen sie, da gibt es durchaus ein breites Angebot, auch von Menschen, die einen anderen Nachnamen haben als ich. Ja, apropos breiteres Spektrum, wieso stürzen sich alle ihre Kinder auf den Bereich Musik und keins auf den Bereich Malerei? Gott sei Dank ist das so. Die scheinen ja sehr talentiert zu sein. Wenn sie mir dann noch auf dem Gebiet Konkurrenz machen, das wäre dann schon ganz schön schmerzhaft. Aber ich muss sagen, es gibt ja im Umfeld, zum Beispiel der Gruppe Blond, gibt es ja noch das Bikini-Kollektiv und die tasten sich durchaus schon als Kollektiv in den Bereich Bildende Kunst und Artverwandtes vor. Also insofern, wir sind jetzt hier zwar tief unter der Erde, muss man bei dieser Frage noch ein bisschen besser Recherche betreiben, weil es gibt durchaus Ansätze, es nicht nur auf dem musikalischen Gebiet dabei zu belassen, sondern die sind schon breiter aufgestellt. Aber vielleicht sollte man dafür dann auch ein bisschen mehr Werbung machen, einfach, dass das auch mehr in die Öffentlichkeit dringt. Aber dann schreibt dann wieder der eine Mann, man macht zu viel Werbung. Ja, es war übrigens eine Frau, die das geschrieben hat, aber wie Sie selber schon sagten, sollte man sich davon ja nicht einengen lassen, sondern eben nach vorn gehen und nicht einen Kommentar als Volkes Stimme sehen. Ja, das ist richtig zusammengefasst und wie gesagt, das Geheimnis habe ich ja schon verraten, dass es für Kunst- und Kulturschaffende nicht direkt ein Fehler ist, eine Werbung. Richtig. Also sind Sie sozusagen froh, dass Ihre Sprösslinge trotz allem mehr in Richtung Musik gehen und Ihnen weniger auf dem Gebiet der Malerei Konkurrenz machen? Also dass es sich trotzdem im Moment stärker... Das ist die letzte Brandmauer. Ja, okay. Sonst wäre nichts mehr sozusagen. Oder käme dann noch ein neues Feld hinzu? Performance-Kunst, was käme dann noch, wenn die Malerei... Für mich. Ja, wenn die Malerei übernommen worden wäre. Wenn ich praktisch aus dem Segment verdrängt werde. Ja. Performance-Kunst, oh. Kann man ja machen, irgendwie sich mit Hunden an die Zentralhaltestelle setzen und auf Töpfen Musik machen vielleicht. Das klingt sehr reizvoll. Wäre das noch eine Option irgendwie? Na, ich weiß nicht. Vielleicht würde ich mich dann wieder auf meinen Lehrberuf zurückziehen. Ich habe ja immerhin mal Tischler gelernt. Ja. Ist ja auch ein Kunstberuf. Tischler sind auch Künstler. Ich habe den Tischler-Beruf ja sogar beim Fernsehen der DDR gelernt. Und dort in der Sektion Unterhaltungskunst habe ich dort so Spielelemente bauen müssen für so DDR-Spielshows. Und ja, durchaus kreative Arbeit. Ja, vielleicht muss ich mich darauf wieder zurückbesinnen. Aber Freude würde mir das wahrscheinlich nicht machen, wenn ich plötzlich jetzt wieder gezwungenermaßen, durch die Verhältnisse gezwungen, mich in den Handwerker verwandeln müsste. Da kann man froh sein, dass es einfach nicht noch mehr Kinder gibt. Beziehungsweise eben auch das Genmaterial doch Richtung mehr Musik gegangen ist. Wir können durchaus auch von den Kindern mal weggehen und auf meine Situation zu sprechen kommen. Da wollte ich sofort hier kommen. Ich wollte Kinder hin, Kinder her. Darauf hinweisen, dass ich, ja, schon in meinem Hinterkopf, schon diese düsteren Gedanken gewabert sind. Muss ich jetzt wieder Handwerker werden? Ja. Durch die Verhältnisse. Ja, aber da zieht direkt auch meine nächste Frage ab. Welcher Lebensbereich ist prägender oder ist im Moment vielleicht, das sind vielleicht auch wieder zwei Fragen, aber welcher Bereich ist gerade im Moment aktiver im Körper, im Wesen, die Musik oder die Malerei? Das ist ganz schnell gesagt. Also man muss in der jetzigen Zeit, darf man wahrscheinlich nicht sagen momentan, weil momentan ist ja gar nichts. Momentan ist ja null. Momentan ist ja Stillstand. Aber ansonsten lebe ich in der Hauptsache von der bildenden Kunst. Ja. Also ich würde jetzt nicht ganz so sagen, dass Stillstand ist. Deswegen gibt es ja auch dieses tolle Format wie Atomino TV im Moment. Also es gibt ja viele Formate, die gerade nach oben ploppen, gerade im Internet. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt plötzlich selber erstarrt bin. Mit dem Stillstand meinte ich eher die Einkommenssituation. Ja, das ist richtig, das ist definitiv richtig. Wenn wir nochmal so generell auf Musik und auch allgemein auf Kunst gehen, einfach kann man mit Musik und allgemein mit Kunst im Moment noch stärker die Welt verändern, beziehungsweise prägen, als es vorher schon der Fall war? Auch das ist vom momentanen Standpunkt aus betrachtet eine schwierige Frage. Im Moment kann man eigentlich nur darauf setzen, auf das segensreiche Wirken von Kunst und Kultur auf die Gesellschaft. Insofern, dass sie ein bisschen unterhalten werden, wenn sie jetzt möglicherweise in Isolation zu Hause sitzen, sich unglaublich langweilend vielleicht sogar anfangen, sich mit so mit Besteck Sachen ins Bein zu ritzen oder sich die Haare selber zu schneiden. Also so klassische Klassenfahrt eigentlich. Möbel essen zum Beispiel. Hat man ja eigentlich früher schon auf Klassenfahrt gemacht, sich so mit Tinte und Nadeln so in der letzten Busreihe sich so tätowiert und so. Da war es eine Mutprobe und der Eintritt ins Erwachsenenleben. Aber im Moment befürchte ich, dass die Menschen zu Hause in ihrer drangvollen Enge oft seltsame Dinge tun. Und da ist es natürlich schön, wenn sie ihren Computer oder ihr Fernsehgerät anschalten können und ein bisschen unterhalten werden. So, das ist im Moment, ob das die Musik ist oder die bildende Kunst oder ein Gesprächsformat, wie wir es hier gerade machen. Das ist das, was man so machen kann. Wenn wir allerdings nach einiger Zeit jetzt hier als zwei Skelette sitzen, weil wir Probleme haben, Nahrungsmittel zu erwerben, dann hat das alles auch nichts genutzt. Die Leute verhindern Schlimmeres möglicherweise und rufen vielleicht auch bei den Leuten in Erinnerung, es gibt durchaus auch noch Leute, die von Kunst und Kultur leben. Die sind immer noch da. Vielleicht auch hart gesagt leben müssen, ein Stück weit, weil das der Lebensinhalt von einem generell ist, weil man dafür geboren wurde, weil man nichts anderes machen kann, vielleicht auch machen möchte. Dass man eben auch zeigt, es gibt Menschen, die davon leben müssen. Naja, das muss die Gesellschaft insgesamt dann entscheiden, ob sie sich solche schönen Dinge weiterhin in Zukunft und überhaupt auch immer leisten möchte und leisten kann. Bis jetzt war das so eine ganz theoretische Frage immer, wie weit will sich eine Gesellschaft so etwas praktisch leisten. Jetzt gerade bei diesem ganzen großen Experiment, was so stattfindet, stellt sich die Frage plötzlich etwas schärfer und das ist wirklich interessant, wie man dann so zurückschaut in ein paar Jahren, was nach dieser Krise gekommen ist. Und ob zum Beispiel diese ganze hochgelobte, kleinteilige Kulturlandschaft in Deutschland, in Europa und so weiter, wenn man da mal so ganz staatstragend reden will, inwieweit die da noch besteht oder ob man sagt, das war eine Zäsur, da ist jede Menge zugrunde gegangen, das wird man sehen. Es gab ja schon mal in so einem ganz kleinen Vergleich nach der Wende auch noch mal so eine Zeit, wo man generell überlegen musste, was für eine Kultur will man sich leisten, gerade in Ostdeutschland, was muss man auch unterstützen in der Breite und so weiter. Aber ansonsten ist das alles ein großes Experiment. Ich glaube, Clubs und Kneipen und Kinos, die hatten, glaube ich, sogar noch bis zum Kriegsende 1945 geöffnet. Wir sind hier wirklich mittendrin in einem großen Experiment. Werden wir mal sehen, wie es ausgeht. Ich möchte noch eine, möchte die nächste Frage hinterher schieben, die ist grob schon ein bisschen beantwortet worden, aber vielleicht können wir uns da noch ein bisschen zuspitzen. Und zwar, angenommen, Deutschland schlittert in eine tiefe Rezession oder wirtschaftliche Depression, wird es Kunst und Kultur in dem bekannten Ausmaß und Vielfalt noch geben? Und wäre das eher Chance oder das Worst-Case-Szenario schlechthin? Ja, wäre was das Worst-Case-Szenario? Ja, das ist vielleicht, Kneipen wird es schon immer geben, aber vielleicht auch die Kultur in der breiten Form oder vielleicht auch kleinteilige Sachen, die bis jetzt bestanden haben, weil doch immer mal Geld ins System floss, was es dann vielleicht so nicht mehr gibt? Ja, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, also das ist, zum einen müssen dann staatliche Stellen und städtische und Landesstellen und so weiter, müssen sehen, was es denen das wert ist, diese breit aufgestellte Kulturlandschaft. Die müssen eben dann auch bis in die kleinsten Verästelungen schauen, wie man da unterstützen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit von den einfachen Bürgern, den Leuten, dass die natürlich auch gucken können und sollten vielleicht, auch wenn was daran gelegen ist, also wie sie diese Strukturen in Zukunft effektiv unterstützen können. Eben ganz simpel, jeder für sich. Das ist ja die Diskussion, gab es ja schon vor einiger Zeit, wo es darum ging, Laden sterben und so weiter, wo auch immer nicht zu Unrecht gesagt wurde, naja, du musst nicht bei den Multis deine Bücher bestellen, du kannst auch in den Buchladen gehen, wenn dir daran gelegen ist. Du musst nicht dies und jenes tun, wenn du die Alternative hast, auch was Kleinteiligeres zu unterstützen. Also da kann auch jeder selber ein bisschen was tun. Aber dadurch, dass das jetzt gerade diese Krise in der ganzen Breite auftaucht, reicht das möglicherweise nicht so ganz, was das jeder Einzelne tun kann. Es ist ein Bestandteil, aber jetzt ist tatsächlich auch staatliche und größere Institutionen, die müssen halt mal gucken, wie sie da unterstützen können. Und ich mache mir da jetzt zum Beispiel nicht generell Sorgen um große Häuser, um große Festivals zum Beispiel oder so. Für die ist es hart und das ist auch wirklich, die kommen da auch nicht ungerupft aus der Sache raus, aber die haben bei Festivals, da gibt es zum Beispiel auch Versicherungen, die da greifen. Bei großen Häusern, die sind noch irgendwie durch den städtischen oder Bundes- oder Bundesschirm noch irgendwie, ist das noch halbwegs abgesichert. Da gibt es eben klare Regelungen bei Verdienstausfall und so weiter und so fort. Es geht jetzt wirklich eher um kleinere Aktivitäten. Ja, es ist ja, das was Sie sagen, ist ja schon noch so ein Appell an die Vernunft, so ein Stück weit unterstützt eure lokalen Kneipen, eure lokalen Clubs. Ist das nicht eigentlich gerade so gescheitert, der Appell an die Vernunft, eben auch schon damit, dass man sagt, bleib zu Hause, schützt die Risikogruppe und es ist nicht gemacht worden, so, dass die Verfügung immer weiter bis hin zur Ausgangsbeschränkung, eventuell Ausgangssperre gegangen ist? Also kann man sagen, der Appell an die Vernunft wird oder kann eventuell nicht wirken? Naja, so komisch wie das auch klingen mag, ich bin manchmal gar nicht mal so unglücklich, dass wir nicht in einem Land leben, wo zackig Sachen befohlen werden und auch sofort bis aufs I-Pünktchen eingehalten werden. Wir leben hier in einer Demokratie und es gibt natürlich auch viele Einzelmeinungen, Einzelstimmen, es gibt Diskussionen um die Wirksamkeit der Verordnung oder auch nicht und so weiter. Und das ist manchmal sehr anstrengend und nervig, aber im Grunde genommen bin ich ganz froh, dass die Leute keine Roboter sind und sich sofort Punkt zwölf von der Straße nach Hause machen und alles einhalten. Im Grunde genommen, die Städte sind leer, sind vereinzelt Leute unterwegs, das ist ja schon wirklich eine Menge wert. Und dass dann noch gemault wird, dass das bei manchen Sachen ein bisschen zäherer Prozess war oder sich dann doch mal zwei, drei Leute bei unter einem Meter Abstand miteinander unterhalten haben, weil sie das einfach mal vergessen haben oder so, das finde ich wiederum, ja man darf es ja fast gar nicht sagen, aber ich finde es auch irgendwo wiederum beruhigend, dass die, wie gesagt, dass die Leute nicht irgendwelche Maschinen sind, die auf Knopfdruck funktionieren. Ja, das ist richtig, also wir müssen auch dazu sagen, dass wir hier im Abstand von anderthalb Metern sitzen. Wir müssen auch ganz dringend die Stuhlballons einhalten, einfach damit hier der Abstand zwischen uns gewahrt wird. Nochmal ganz persönlich zu Ihnen, wie hat sich Ihr Alltag verändert im Gegensatz vor dem Ausbruch des Virus? Tja, ich ganz privat. Ja, wahnsinnig, Toilettenpapier kaufen ist noch genügend da, also wir haben hier im Atomino noch ein bisschen was sozusagen. Gott sei Dank, dadurch, dass Einrichtungen wie das Atomino auf mehrere hundert Besucher eingestellt sind, gab es hier ohnehin immer ein gut gefülltes Toilettenpapierlager. Das wird natürlich jetzt so peu a peu geplündert, nach und nach, es gibt Schwund, es gibt einfach Schwund. Auch die Atomino-Mitarbeiter sind nur Menschen und selbst wenn sie hier nur noch vereinzelt anzutreffen sind und in großen Abständen voneinander hier mal in den Keller gucken und das Nötigste erledigen, so verschwindet doch immer wieder in der Hosentasche eine Rolle Klopapier. Das ist dann aber auch eigentlich schon Diebstahl, also eigentlich müsste man da... Mundraub würde ich in dem Fall sagen. Ja, müsste man eigentlich noch ein bisschen vorgehen. Da muss man auch ein bisschen großzügig sein, würde ich an der Stelle mal sagen. Aber es wird natürlich, ich denke mal, wenn das Atomino überlebt, wird es danach sicherlich eine Versammlung geben der Atomino-Mitarbeiter und dort wird auch mal klipp und klar dann auch nochmal aufgezeigt, wer ist für welchen Schwund verantwortlich, wem muss man eine Rüge aussprechen. Ja, aber alles zu seiner Zeit. Also sind Kündigungen sozusagen deswegen jetzt nicht ausgeschlossen? Ja, naja, das scharfe Schwert der Kündigung ist ein bisschen stumpf geworden, nachdem jetzt alle gewissermaßen gekündigt wurden. Das ist jetzt schwierig. Aber es gibt ja auch eine Zeit danach. Ja, 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 das sage ich auch. Ja, ja, das gibt dann die Zeit danach hoffentlich. Und dort werden dann, ja, da wird dann wahrscheinlich der Besen geschwungen, will ich mal sagen. Und ich möchte ja auch darauf hinweisen, nachdem jetzt erst mal alle Atomino-Mitarbeiter zwangsweise in Heimarbeit sind, wird dann, es gab ja auch, wir hatten ja vorhin schon mal den Zweiten Weltkrieg, es wird ja von allen beschrieben, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es ein ungeheures Bedürfnis gab, nachdem dann die Vergnügungsstätten dann doch nur noch eingeschränkt gearbeitet haben oder gar nicht mehr aufhatten. Es gab, das beschreiben immer die Zeitzeugen, ein unglaubliches Bedürfnis gegeben, sich zu vergnügen. Also darauf kann man so ein bisschen setzen oder da kann man nur hoffen. Und dann kommt es natürlich zu Neueinstellungen. Und vielleicht, ja, denken wir wieder an diese Nachkriegszeit. Dort war es ja üblich, dann zu Vergnügungsstätten auch Kohle mitzubringen zum Beispiel, damit der Club, die Kneipe und so weiter ein bisschen für Wärme sorgen konnte. Vielleicht müssen dann die Leute die gestohlenen Klopapierrollen einfach zu den ersten Veranstaltungen ins Atomino wieder mitbringen. Ohne große Worte, man kommt so als Gast und nimmt aus dem Beutel eine Rolle Klopapier, stellt die auf den Tresen und macht alles so. Das wäre zum Beispiel, dass man einfach sagt, gut, das waren extreme Zeiten, aber jetzt ist alles wieder schön, jetzt amüsieren wir uns, aber wir bringen die geraubten Sachen wieder zurück. Das wäre eine nette Geste. Genau, da bekommt der Begriff Schüsselparty dann eine ganz neue Bedeutung. Was denken Sie, was es über dieses Land oder generell auch darüber aussagt, dass es gibt ja weltweit so Hamsterkäufe. In Amerika werden Waffen und Whisky ausverkauft. In Frankreich sind es Kondome und Wein. In Deutschland ist es Mehl und Klopapier. Was sagt das aus? Ja, das sind wieder die Tricks des Internets. Das ist so ähnlich, wie wir vorhin von der Dame gesprochen haben, deren Meinung dann plötzlich fast so klang, als wäre das ein veritabler Shitstorm. So ähnlich sind natürlich diese charmanten Bilder, was in welchem Land gehamstert wird. Holland ist noch vergessen worden, dort standen große Schlangen vor den Grasläden. Den Coffeeshops. Den Coffeeshops. Ja, ich denke, das ist charmant und das ist auch nett, mit diesen Klischees zu arbeiten. Ich befürchte eher, das vereinte Europa, da hat jedes Land Klopapier gehortet. Also auch der holländische Regierungschef sagte ja, wir haben so viel Klopapier. Wir können jahrelang scheißen. Zum Beispiel. Und da wird das nicht ohne Grund gesagt haben. Auch die Holländer werden nicht nur Gras gekauft haben, die werden auch Klopapier gehortet haben. Wahrscheinlich. Leider ist das so. Man könnte vielleicht sagen, ist vielleicht auch was Nettes. Das vereinte Europa hat dieselben Schwächen, die Jagd nach Klopapier. Aber mein Gott. Ein bisschen anders ist es dann, wenn man in die USA guckt. Ja, Schusswaffen. Ich weiß nicht. Wenn man dann so in der Isolation ist und alle Familienmitglieder, die um den Abendbrottisch drumherum sitzen, sind möglicherweise bewaffnet. Aber es ist eigentlich in Amerika schon ein allgemeiner Alltag. Also der Trend geht ja eher zur Zweit-, Dritt- oder Viertwaffe da eher. Also grundsätzlich sind da ja alle schon irgendwie. Da hat ja auch das Baby irgendwie im Laufgitter da schon eine kleine Walter-PP irgendwie liegen. Also von daher ändert sich ja eigentlich nichts, oder? Außer, dass es ein bisschen mehr wird? Ich hoffe eigentlich, dass es auch ein Klischee ist. Allerdings, ja, ich befürchte, die Waffenkäufe, das ist real. Während zum Beispiel die Bevorratung von Kondomen, die angeblich in Frankreich stattfindet, ich glaube, das ist ein liebenswertes Klischee, was dort verbreitet wird. Ich hoffe mal, dass das hässliche Klischee vom waffenkaufenden Amerikaner auch nicht ganz so stimmt. Werden wir wahrscheinlich auch danach dann mal in der Gänze. Es wird für alles Statistiken geben, denke ich mal, nach dieser Krise. Es wird eine spannende Zeit danach. Wenn wir aber jetzt nochmal in der heutigen Zeit bleiben, besteht die Gefahr, dass es das Ende vom Atomino ist beziehungsweise wird? Tja, die Gefahr besteht natürlich wie für jede kleinere Einrichtung, die bislang eigentlich, ja, im Grunde genommen immer nur auf Sicht gearbeitet hat, was auch okay ist für solche Kultureinrichtungen, dass man jetzt nicht schon sich bevorratet hat, da ist man wieder beim Bunkern und Horten, dass man auch die nächsten fünf Jahre überstehen kann, das gibt es, das existiert in dieser Landschaft nicht. Der einzige schwache Trost ist, das Atomino befindet sich dort in einer breiten Gesellschaft von Einrichtungen, denen es genauso geht, die im Grunde genommen monatelange Schließzeiten einfach auf keinen Fall überleben könnten. Jetzt mal so gedacht, dass es zu keiner effektiven Unterstützung kommt von irgendeiner Seite, auch einer finanziellen Unterstützung oder dass die Miete erlassen wird von dem Vermieter, was auch immer es da für Möglichkeiten gibt. Aber wenn sowas alles nicht stattfindet, dann wären die Dinger dicht. Das ist gar keine Frage. Ich hatte heute was gelesen über einen Friseurbetrieb, der Miete sozusagen erlassen worden ist. Vielleicht nimmt das ein gutes Beispiel vielleicht für viele Gemeinden in Deutschland, dass sich da die Vermieter ein bisschen dran orientieren. Wir wollen es natürlich nicht hoffen, dass das Atomino zumachen muss. Wir senden ja quasi auch gegen den Untergang sozusagen und gegen die Vergessenheit. Man könnte es natürlich auch einfach oben die Eingangstür versiegeln und einfach so tun, als wäre oben gar nichts. Und man macht einfach hier so weiter und dann soll ja mal der Vermieter kommen und die Tür aufbrechen. Ja. Und man kann ja auch einfach hier unten bleiben. Ich glaube, ich habe ja sogar im Backstage-Bereich einen Schokoladenbrunnen gesehen. Da werden wir dann, glaube ich, noch unsere Körper hinterher ein bisschen in den Schokoladenbrunnen wälzen. Da habe ich bis zu 20 Jahre Bitterschokolade und wenn man dann noch Kekse hat. Also es ist jetzt nicht so meins tatsächlich, aber man muss sich ja auch mit den Kleinfreunden im Leben halt auch... Es geht in diesen Zeiten auch nicht um persönliche Befindlichkeiten. Das stimmt. Mein Gott, ich esse lieber Vollmilchschokolade und die Bitterschokolade. Ach, das ist so nicht so ganz... Wir müssen nehmen, was wir haben. Ja, das stimmt. Und wir wissen einfach, hier im Atomino mit dem Schokoladenbrunnen und Zwieback ist, glaube ich, auch noch da. Man könnte auch das übrig gebliebene Toilettenpapier sozusagen dann auch eintunken. Dann hätte man auch so ein Model-Frühstück so ein bisschen. Ja, man kann so tolle Sachen... Gerade was man basteln kann aus dem Kern der Klopapierrollen. Da ist ja immer so diese Papprollen drin. Tolle Sachen. Dekorationen kann man da bauen, Musikinstrumente. Vielleicht, das will ich an der Stelle mal sagen, könnte man ja aus Toilettenpapier, aus den, wie gesagt, diesen Papprollen, zum Beispiel hier im Atomino Skulpturen basteln, die man dann über irgendeine Schleuse, ohne dass man jetzt direkt in Kontakt mit der Außenwelt trifft, dass man diese Kunstwerke dann über diese Schleuse nach außen bringen kann. Oder man bleibt einfach im Digitalen, postet das und die Leute können dann abstimmen, welche Skulptur die bessere ist. Dass man im rein digitalen Format wäre. So könnte man sich zumindest die Zeit vertreiben. Und wie gesagt, ansonsten knallhart, das Getränkelager ist noch voll, halbwegs zumindest. Die Kühlschränke sind noch ganz gut gefüllt und wie gesagt, der Schokoladenbrunnen und Zwieback, man kann es ja schon eine Weile aushalten. Sehr schön. Ich möchte gerne noch mal auf den Anfang der Frage zurückkommen, was wir ja nicht hoffen, dass das Atomino zumachen muss. Aber wenn es doch passiert, was kommt denn dann? Ich sage mal, das Atomino hat ja eine lange, leidvolle Geschichte mit vielen Umzügen. Umzüge, die gewollt waren, Umzüge, die ungewollt waren. Also man ist umgezogen worden sozusagen. Also man ist ja irgendwo schon in einer Form drin, wo man sagt, man bricht immer mal seine Zelte ab, er findet sich immer wieder neu. Ich denke da bloß an, oder ich möchte nur an den Brühl erinnern, an die wundervolle Einrichtung in dieser Turnhalle da. Jetzt ist man hier im Keller, Gott sei Dank, in diesen Zeiten sozusagen. Man hat also sozusagen alles richtig gemacht. Manchmal weiß man ja nicht, für was es gut ist. Wenn das Atomino in seiner jetzigen Form schließen müsste, was käme danach? Ja, es ist schwierig zu beantworten. Was käme danach? Bezieht sich das jetzt auf diesen Raum hier? So generell. Also wenn es schließt, wäre der Raum ja wahrscheinlich auch, wenn er schließen muss, der ja wahrscheinlich mittechnisch auch nicht haltbar. Aber was passiert dann? Also fängt man dann an, temporäre Zelte aufzubauen? Vielleicht auch wieder in Erinnerung der 90er. Die Love Parade sollte dieses Jahr wieder anfangen, vielleicht auch illegale Raves zu machen. Irgendein Happening mitten auf dem Marktplatz, Bingo, so wie man das vielleicht auch gerade ja in der Sendung vor uns gesehen hat, bei Atomino TV. Also schwirrt da schon was vor? Vielleicht auch Live-Paintings dann, dass man sagt, man macht Malerei mit allen Atomino-Angestellten und verschenkt Getränke? Naja, also erst mal ich persönlich, weil ich jetzt hier so sitze. Es gibt zum Beispiel russische Oligarchen lassen sich gerne im alten Stil porträtieren. Das wäre vielleicht für mich persönlich eine Rettung, dass ich sagen würde, es gibt in jeder Krise auch Krisengewinner. Zum Beispiel Leute, die so schlau waren, und dann sind wir wieder beim Thema Klopapier, das ist zwar ein bisschen infantil, aber gut, wir sehen es mal beim Klopapier. Es wird Leute gegeben haben, die Mundschutz und Klopapier gehortet haben, sich ein Vermögen verdient haben. Und an diese Leute muss ich ran. Ich werde dann Porträts dieser Leute schaffen. Die müssen ja mit ihrem Geld irgendwas anfangen. Und die können sich in ihre Villa hängen, diese Porträts. Und ich denke, wenn ich die wirklich so mache, dass die Leute wirklich auch wunderschön aussehen und wirklich vielleicht auf einem Ross oder sowas. Da gibt es eine Menge schöne Sachen. Wie gesagt, die russischen Oligarchen kaufen da sehr schöne Kunst. Das hat mir schon immer gut gefallen. Und ja, das wäre für mich jetzt persönlich ein Ziel. Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, aber wenn wir kurz beim Persönlichen bleiben können, weil wir gerade auch das Thema Oligarchen ansprechen, wäre es eventuell für Sie auch eine Option, wie der damalige Vizekanzler in Österreich, HC Strache, das in Ibiza auch gemacht hat, so eine reiche, russische Oligarchen-Nichte da irgendwie sich anzulachen, irgendwie Frau, Familie zu verlassen, Abstand zu gewinnen und da noch mal was machen. Auch wenn die vielleicht auch dann keine Oligarchen-Nichte ist, weil sie dreckige Fußnägel hat, wie ihr selber ja eigentlich vorneweg schon bemerkt habt. Also ist das eine Option? In Anbetracht der schwierigen Zeiten verzichte ich jetzt auf die Rüge, dass mir hier derartig intim persönliche Fragen gestellt werden. Will ich mal ein Auge zudrücken. Nein, ich möchte meine persönlichen, Verhältnisse nicht verändern. Auch diese, in dem Falle war es ja sogar bloß ein Lockvogel, diese russische Blondine könnte mich jetzt praktisch nicht in Versuchung bringen. Also da bin ich mir sehr sicher, bei allen Krisenzeiten auf solche Gedanken komme ich eigentlich nicht. Das wäre ein anderer Typ Mensch, der da gefragt ist. Ich würde dann ganz auf direkten Weg wirklich, wie gesagt, an die Männer, an die Magnaten mit Geld herantreten und muss mir auf die Art mein Geld verdienen, ohne dass ich auch wirklich nur einen Sekundenbruchteil daran denke, meinen Körper zu verkaufen. Das möchte ich nicht. Ich möchte meinen Körper nicht verkaufen. Das möchte ich nicht. Nee, das möchte ich wirklich auf gar keinen Fall. Das möchte ich nicht. Ich möchte auch gar nicht, in diesen Gedanken bin ich auch gar nicht weiter irgendwie. Also wenn ich mir das vorstelle, das könnte ich nicht. Das möchte ich auch nicht. Ich will das auch nicht. Ich will das auf gar keinen Fall. Deswegen gehen wir jetzt raus aus dem Persönlichen und sprechen doch noch mal kurz darüber, wie das Atomino sich verändern würde, wenn es hier schließen müsste. Gibt es das Atomino dann nur noch als Widerruf der glorreichen Diskothekenzeiten in Chemnitz oder gibt es es weiter in neuer Form? Ja, ich wäre ja froh, wenn man solche Sachen auch aufgrund, deswegen sind wir ja vorhin als purer Verzweiflung schon bis zum Zweiten Weltkrieg zurückgegangen. Es gab noch nie eine vergleichbare Situation. Ich kann nur sagen, es gibt Gott sei Dank das Bedürfnis der Menschen und das gibt es ja schon Ewigkeiten, solange man denken kann, dass die Menschen sich mit Kultur und Kunst und mit Unterhaltung umgeben möchten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Bedürfnis über längere Zeit unterdrückt werden kann, wodurch auch immer. Also das ist so meine Grundüberzeugung. Aber welche konkreten Konzepte gäbe es dann? Also das Atomino, das kann man dem Atomino unter Umständen vorwerfen, hat keine alljährliche Virenschutzübung durchgeführt. Muss man im Nachhinein auswerten. Es gab ja keine Zusammenarbeit mit der Bundeswehr oder den Polizeibehörden, dass das Atomino einmal im Jahr diesen Krisenfall durchgespielt hat. Und insofern müssen wir uns von Tag zu Tag hangeln. Wie gesagt, deswegen komme ich zu diesem ganz groben Schluss, dass ich mal sage, es wird sich eine Lösung finden. Und da landet man wieder bei der Geschichte des Atominos, wo eben, wie schon gesagt, sich immer in irgendeiner Weise Gott sei Dank eine Lösung gefunden hat. Und ich bin eigentlich als optimistischer Mensch der Überzeugung, es wird sich auch für diese Situation eine Lösung finden. Weil das Atomino ist ein Zusammenschluss von kreativen Menschen. Auf der einen Seite, die gerne was machen wollen. Und es gibt auf der anderen Seite die Bevölkerung, die auch gerne was Schönes konsumieren möchte. Und diese beiden Sachen müssen wieder zusammengebracht werden. Und die Welt ist wunderschön. Man hofft nur, dass es bald wieder so weit ist. Apropos Hoffnung, apropos Optimismus. Wir haben ja eigentlich gerade noch was ganz anderes in Chemnitz vor. Und zwar, Chemnitz bewirbt sich als Kulturhauptstadt 2025. Und die Frage ist, wenn es dazu käme, dass im September die Jury, die entscheidet, welche deutsche Stadt Kulturhauptstadt 2025 wird, nicht persönlich vor Ort kommen kann, was wären Ihre Ideen, um dies digital oder anderweitig zu kompensieren? Naja, wir reden jetzt vom Herbst. Ja. Also die kurze Telefonkonferenz, wo Chemnitz mitgeteilt bekommt, und dass sie diesen Titel bekommen hat als Stadt, die lässt sich selbstverständlich ganz schlicht und digital durchführen. Vielleicht wird das ja eh der Trend Telefonkonferenzen. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Richtig. Aber die Jury kommt ja eigentlich erst mal in die jeweiligen Städte, um sich das anzuschauen. Ja, ja. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, eben durch Ausgangsbeschränkungen, durch Ausgangssperren, wie kann man das, In zweier Gruppen kann die Kommission ja kommen. Dann muss sie möglicherweise zu Fuß kommen. Aber es ist ja auch ein Einreisestopp. Aus Brüssel. Über die grüne Grenze. Also schwimmen. Man muss es wollen. Man muss es wollen. Auch die Kommission muss es wollen. Dann müssen sie eben mit dem kleinen Rucksack auf dem Rücken durch verschiedene Wälder laufen, durch Flüsse schwimmen. Und dann eben, wie gesagt, über die grüne Grenze sich allmählich und langsam, dann können sie sich vielleicht jetzt schon auf den Weg machen nach Chemnitz. Und fairerweise muss man sagen, in die anderen Bewerberstädte auch. Also sollte man eigentlich jetzt schon anfangen? Ja. Wäre ja vielleicht sogar für so eine Kulturkommission vielleicht auch mal ganz interessant, auf dem Weg die verschiedenen europäischen Länder zu Fuß zu durchwandern und einfach mal zu sehen, was Alltagskultur ist, was gemacht wird, welche Probleme es gibt und so weiter. Und ansonsten wird dann vielleicht, wenn sie dann, falls dieser unsägliche Zustand bis zu dem Besuch der Kommission immer noch anhält, dann wird auch der Kommission noch mal deutlich gezeigt, wie schrecklich das ist in so einer ausgestorbenen Stadt irgendwas zu tun. Wie langweilig das ist. Die werden unter Umständen in die Bewerberstädte gehen und dort sich die leeren Rathausplätze betrachten und durch die leeren Straßen gehen. Das wird schrecklich sein. Und umso mehr werden sie sich ins Zeug legen, dass es wieder bessere Zeiten gibt für Kunst und Kultur. und es wird auch ganz deutlich, dass diese gesamte Kulturhauptstadt-Bewerbung mit allem Drum und Dran der Weg auch dorthin und was stattfindet, es hat immer mit Interaktion zu tun, es hat immer was damit zu tun, dass sich Leute treffen, es hat auch was damit zu tun, dass man kulturvoll miteinander umgeht und miteinander lebt und Dinge gemeinsam erlebt. Und das wird einem jetzt noch mal so richtig deutlich gemacht, dass alle fantastischen Angebote im Netz, so wie unser Gespräch jetzt zum Beispiel, helfen trotzdem nicht, wirklich ein funktionierendes Leben herzustellen. Wir sind jetzt hier wirklich ein heilsames, ein kleines Bonbonchen, ein kleines Pflasterchen, was vielleicht ein bisschen hilft, aber im Grunde braucht man für alles Leute. Und Nähe natürlich. Und Nähe und das wird die Kommission, das wird die eh schon wissen. Sehr schön. Letzte Frage und bitte um eine kurze Antwort. Wo sehen Sie sich persönlich in drei bis fünf Monaten? In drei bis fünf Monaten? Wäre eine kurze Antwort doch einfach mal kurz in sich gehen. Auf dem Zenit meines Schaffens. Okay, also der ist sozusagen jetzt noch nicht erreicht? Ich dachte manchmal vielleicht... Ich produziere zu Hause gerade auf Halde. Man muss sich das ungefähr so vorstellen. Jetzt kommt eben doch die lange Antwort. Die wir kurz formulieren. Man muss sich das ungefähr so vorstellen. Im Moment sitze ich zu Hause, mal ein Bild und mal und mal. Und dann gucke ich mir es an, bin zufrieden, stelle das zwei Meter weiter weg, fange das nächste Bild an. Und so geht das jetzt wie im Fließband. Und in fünf Monaten kann ich dann diese fantastischen Werke dann endlich mal jemandem zeigen, den ich vielleicht noch nicht so ganz privat kenne, der nicht aus meinem engsten Umfeld kommt. Und deswegen, das wird der Zenit meines künstlerischen Ruhms werden. In fünf Jahren ist es soweit. Ich glaube, dafür spreche ich für alle, die uns gerade zusehen. Darauf werden wir uns sehr, sehr freuen. Wollen wir uns noch sozusagen, wie handhaben Sie es gerade? Hände geben ist ja gerade nicht. Ist es so die klassische Faust gerade? Oder in Wuhan? Man kennt ja jetzt den Fußkick aus Wuhan, wo man da mit den Füßen... Ich komme aus der Deutschen Demokratischen Republik und dort war das in Gaststätten üblich, einfach so zu machen. Dann machen wir das auch so. Vielen Dank, Jan Kummer, für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir werden als nächstes, es wird gleich bei Atomino TV eine weitere Folge von Zentral Talk geben. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet. Und ja, habt noch eine schöne Zeit. Macht's gut, ihr Räuber. Tschüss. Ciao. Ich freue mich, dass wir auch. Ich freue mich, dass wir auf. Bitte? Vielen Dank.